Alter, was? Oh, was ist das? Schnell, 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 schnell. Hey, Horrorfreaks und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von, äh, genau, Still Wakes the Deep. Mir hat dieses Still gefehlt. Okay, Eingang. Ähm, boah, das ist so dunkel, ich sehe hier gar nichts. Ich, ist hier, ist, kann ich hier irgendwo Lichter machen oder sowas? Es ist ja wirklich saudunkel hier drin. Naja, negal. Who is that? Boah. Okay. Äh. Muss ich da lang irgendwo? Oh, nee. Keine gute Idee. Okay, ich muss dann da lang. So, ne, wir machen's auch. Okay, da müssen wir dann auch nochmal runter. Wie gesagt, die erste Folge war schon so heftig. Also, diesmal war, muss ich sagen, der Hype, den ich hatte, wirklich, der war berechtigt. Boah, das ist so geil, das könnte jetzt einfach ein Loch. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das hoch. Ist das hoch, ist das hoch, hoch, hoch. Oh mein Gott, war das knapp. Leck mich am Arsch. Oh. Oh. Äh. Okay. Krass, Alter. Ja, ja gut. Dann. Muss ich jetzt. Ah. Wisst ihr, an was mich das so mit dem Klettern hier ein bisschen erinnert? Kennt ihr Uncharted? Golden Abbeys? Irgendwie ist das genauso. Okay. Well the fuck, Hammer. Digga, wie lange arbeitest du denn schon auf dieser Bohrinsel? Du erkennst dich ja wirklich null aus. Okay. Aber so ne Taschenlampe wär halt wirklich auch nicht schlecht. Ah, nein. Nein, nein, nein. Oh, guck mal, Taschenlampe. Und ein Funkgerät? Ah, nee, das ist so ne Taschenlampe mit Batterie. Und die kann ich jetzt einmachen? Mit F? Oh mein Gott, danke lieber Gott. Ist das gut. Ist das geil. Ach. Ach Gott, ist das schön. Ach, danke. Das ist dunkel. Ich hoffe, hier kommt uns gleich nichts entgegen. Das könnte nämlich eventuell böse werden. Ich weiß nicht mal mehr genau, wonach wir jetzt gerade eigentlich hier suchen oder was jetzt gerade das Ziel ist, aber ich meine, wir können auch einfach nachgucken, ne? Was ist das für ein Geräusch? Bitte lass es nur irgendwie alte Leitungen sein oder so. Gott. Das ist wirklich auch so gut gemacht, wie sich das hier so rausdreht und so. Da muss ich schon sagen, ey, das ist nicht schlecht. Aber bevor wir da reingehen, will ich noch hier gucken. Was geht hier ab? Okay, nichts. Okay, ja, dann gehen wir jetzt da lang. Boah, Lüftungsschächte. Wir wissen doch alle, was gleich passieren wird, oder? Doch nicht. Jesus. Okay. Habe ich hier irgendwas? Nein. Oh, mein Lieblings. Oh, mein Lieblings. Ich habe gesehen, ein Geräusch. Wer ist mit dem Geräusch? Gebel. Er macht das Racket. Oh, ich muss ihn nicht finden, helfen. Oh, ich würde ihn nicht empfehlen. Was ist das? Das bedeutet, er ist nicht gut. Nach dem Erlangen, er hat sich auch ein Geräusch auf dem, und einfach, ich weiß nicht, er freut. Er ist für mich. Er ist noch da. Ich meine hier, als an hier mit mir. Aye, das ist genau das, was ich meine. Oh, das ist einfach so großartig. Haben Sie jemanden? Ich habe hier. Wo sind denn, wo sind denn? Back zum Accommodation. Wir werden sowieso draufgehen, Real Talk. Also ich muss jetzt wirklich... Egal, okay. Wir machen das. Wir sind Gas. Wir sind krass. Das hat sich sogar gereimt. Also, ich weiß nicht, wie oft ich noch über ein Spiel schwärmen soll. Es war noch vor kurzem... War es halt wirklich noch... Dings, wie heißt das? Äh, Pools? Das war ja wirklich... Oh, nochmal krass. Was ist denn jetzt los? Okay. Äh. Kann ich da nicht gegenlaufen? Ja, was soll ich jetzt machen? Kann ich das hier irgendwo einschlagen? Die Tür, ne? Kann ich hier mit was machen? Nee. Oder? Nein. Chill doch mal. Das war jetzt auch nicht hoch. Äh. Okay. Was ist hier? Oh! Fuck off. Warum ist überall Blut? Ja, toll. Was soll ich denn hier? Oh! Meine Güte! Nein! Oh! 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 Alter! Was geht hier ab? Alter, Walter. Holy, holy, holy. Das Spiel geht wirklich gut ab, ne? Wow. Ähm, was ich sagen wollte. Ähm, ich hab letztens noch über Dings geschwärmt hier über Pools. Jetzt spiel ich da... Ich war mir so sicher, nix kann Pools toppen. Und Real Talk, 30 Minuten später hier in so einem Spiel, bin ich voll geflasht. Was ist das denn? Ist das gut? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier gemacht hab, aber ich hoffe, das war gut. Oh nein, bitte schmeiß es nicht runter. Oh Gott. Okay, zumachen. Fühl ich mich sicherer. Achtet mal, wie dunkel das jetzt ist. Das ist wirklich so dunkel hier. Okay. Okay, die Water Tanks sind eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt. Easy. Muss ich jetzt da lang, oder? Ja. Da muss ich lang. Was ist hier? Okay. Hier ist ein Spind. Und mich zu verstecken, anscheinend. Fuck. Ich weiß es. Oh, Pools. What the fuck? What the fuck? Alter. Mach das nicht lieber aus. Ich hab so ne Angst. Digga, was ist denn hier ab? Was geht hier ab? Warte. Hör. Alter. Das ist so unheimlich gerade. Oh Gott. Geh weg! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so unheimlich. Oh mein Gott. Okay. Muss ich da jetzt rein? Ja, anscheinend, ne? Alter, ist das geisteskrank. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Alter, was geht hier ab? Ich weiß gerade nicht, ob ich sagen soll, boah, Alter, wie geil ist das Spiel oder Alter, ich scheiße mich gerade so hart ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Locked. Kann man von dir aus was sehen? Nein, oder? Gut so. Ja, das wird gleich auch nichts sehen. Was ist das? Okay, höher kommen wir nicht. Denke ich. Nein. Was ist das? Also das ist wirklich... Es ist so krank. Real talk. Wow. Ich trinke gerade ukrainischen Tee. Und der bringt mich gerade wirklich ein bisschen runter. Jesus. Ich bin im Wohnbereich. Hier finde ich mich safe. Ich bin nicht mit dem Hütter. Oh. Stopp thinking about it. Just stop thinking about it. Jesus. Jesus. Right. Tut gut. Sehr schön. Okay. Ich weiß, es tut sehr gut, hier zu sein gerade. Ich versuche, bitte hier zu sagen. Ich versuche, bitte hier zu sagen. Okona Shit Wenn man uns schon sagt, wir müssen so schnell wie möglich hier raus Aber wie? Das ist eigentlich sehr übersichtlich bis jetzt Okay, ich will mich erstmal hier umschauen Okay Geht das Licht? Okay, ich habe eh Ich habe eh der Schnampe Das ist so schlimm Gott Get off me! Get off me! Get off me! George The door is blocked I can't get to you What's up wee man? Are you hurry? Jesus Christ Ich... Ich... Du Scheiße Kann ich jetzt da? Okay, ich weiß nicht was hier abgeht Aber ich kriege so richtige So teils Stranger Things Vibes Wegen diesen komischen Lichtern und Ach ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach an der Lichterkette Aber... Nein Aber ich finde dieses Spiel ist so mitreißend, das ist heftig Also... Hallo? Ist da jemand? Das kann man auf jeden Fall aus der Küche Okay Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja... Oh Gott, du bist gut Jesus, wie geht das hier? Was findest du hier? Wie geht das hier? Was ist das in der Höhe? Ich weiß nicht Die Leute sterben, Roy Wer ist... Wer ist... Wer ist... Wer ist... Wer ist... Wie? Douglas? Trotz? Ich denke. Ich weiß nicht. Es ist das Ding. Ich denke, es ist etwas zu sagen. Ich weiß nicht was zu glauben. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Ich habe etwas auf dem Deck gesehen. Ich habe nicht geschaut. Es hat mich nicht geschaut. Ich muss die Tür aufbauen. Wir können uns nicht weg, Roy. Wir müssen uns aus dem Weg weg. Was? Without Rennick zu sagen? Did you hear, Rennick? Was, du denkst, wir werden evakuiert? Er will alle zurück in der Arbeit, wenn wir in der Oberfläche auf dem Nordfläche sehen wären. Genau. Die Lebensbox, dann? Ja. Du bleibst. Barrikade die Tür. Lass mich einen Weg entfernen. Und wenn wir bereit sind, ich komme und dich holen, richtig? Ich werde hier. Keine Angst. Ich bekomme etwas extra Besonderes. Wir werden sie brauchen. Gott. Du, 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 du wirst mich nicht verlieren. Ich... Ich... Es ist verdammt. Da... Ich... Ich werde nicht verlieren. Ich würde mich nicht schaue, wenn du es gemacht hast. Du hast alle die Essen hier in der Mitte. Ich... Hör. Du bist der Mann upstairs auf dem Kass. Und ich kann dich bald sehen, nicht wahr? Okay Ganz kurz So Für den Weg Hast du vielleicht noch eine Fluppe? Na gut Alles klar Dann nicht Dann weiß ich Bescheid Gut Ja dann begeben wir uns jetzt wieder In das Unheimliche hier Oh Gott Ach du Scheiße Boah Was ist das? Oh Jesus Da werde ich jetzt ehrlich angerufen? Was ist das für ein scheiß Timing man? Okay jetzt seht ihr gerade was ganz seltenes Mich ohne Mütze Bei mir ist wirklich sehr warm Werfen Oder fallen lassen Warum kann ich das werfen? Ich will es als Waffe benutzen Vorsicht selber Ist eine sehr komische Waffe Aber egal Kann ich mich hier drin verstecken? Tatsächlich Oh shit Oh shit Oh mein Gott Alter Digga das ist Es ist so geil, es ist krank Es ist so geil, es ist krank Boah Leute Kann ich mehr Zu den Rettungsbooten Gute Idee Boah Selbst für mich Oh Selbst für mich Für jemanden der Höhenangst hat Ist das ein Spiel schlimm Warum kann ich das nicht öffnen Okay Fehlt doch besser so Oh dear Ah fuck Atencion Crew The Bearer All personnel need to get to the nearest evacuation point Don't you all get to excited now Ihr werdet euch alle wieder in 15 Minuten zurück zu arbeiten, als ob ich all diese Scheiße rauskriege. Oh Gott, du verdammter Bastard. Ja, schön, das ist der Wichser, der mich gefeuert hat. Das ist ein richtiger Bastard. Oh, komm mal! Was ist denn, Lola? Ja, in sowas bin ich echt schlecht, ich weiß. Warum muss ich gleich springen? Oh Gott. Ah! Fuck! Ich sollte doch springen, Digga! Wie sollte ich denn zu dieser Leiter kommen? Okay. Fuck, fuck, fuck! Oh, Scheiße! Oh, Alter! Jesus Christ! Boah! Schlimm. Wui! Ah, was ist denn zu Hause? Oh, was ist denn zu Hause? Warum? Oh! Ja, ich glaube, ich kann das nicht benutzen. Oder? Neh... 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 Nehm ich doch das? Wie auch immer Das ist so eine Anleitung, ne? Wie ich das... Ja, da geh ich hin Also Als erstes Geht der doch nicht So, das hab ich schon gemacht Und das So, jetzt kann ich das machen Wie viel Pech willst du eigentlich haben? Ah, gut Schade Machen wir da dann, ne? Kann ich irgendwie jemanden anrufen? Meine Mutter und sagen, dass ich sie liebe oder so Weil ich sowieso nicht mehr lange überleben werde Ach, das ist nicht genau Ach, oder sie ruft selber an Wer ist das? Rennick, das ist mir, Kaz McCleary, was du mit meinem Leben machst? Es ist weg, es ist einfach in der fucking See You must have done it wrong Fuck off, Rennick You built this fucking thing Not me Who's with you? Roy's in the canteen Finlay and Brodie are alive Listen to me, McCleary Get your ass up to the chopper pad Bring anyone else you can find too And whatever you do Don't touch this stuff all over the bearer I can't... I cannae get back out There's a safety door The railings are all gone For God's sake Do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom It'll open right enough What about you? Just concentrate on getting to the pad Don't worry about me You see, Rennick? What? Well, does this mean we're okay, like? Nae hard feelings? Get to fuck, McCleary And when you get back Fuck off again I'd be happy to see you drown But I'm not having your death on my fucking record Go on your cell, you old fud Ich glaube, er und ich werden keine guten Freunde Bin ich mir ganz sicher Geht die Tür jetzt auf? Oh Bastard Warum nicht gerade so Warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Dann hätten wir mit dem Wichser gar nicht telefonieren müssen Boah, Alter Ich wollte schon mal Feuerwehrmann spielen Achtung Boah, nicht schlecht Für das erste Mal Hab ich das echt gut gemacht Ach, bitte ist der da nicht schon wieder Also ich weiß nicht, was das genau für ein Monster ist Aber Wir haben es ja auch noch nicht mal so richtig gesehen, oder? Kommt ja auch noch dazu Aber Aber ich muss sagen, das Spiel hat mich bis jetzt schon übelst geflasht Also ich finde es heftig gut Versorgungsbereich Ja Ah Okay Ja, Digga Achso Natürlich Jetzt wieder ziehen Oh Gott Oh, bitte krach nicht ein Was ist das für ein Zeug Krach bitte nicht ein Jesus Irgendwas wird gleich einkrachen Ich habe sowas von einem Gefühl Das würde nicht passen Und ich hätte da gar keinen Bock drauf Oh mein Gott Ich bin nicht etwa Ach, scheiße Ich dachte gerade, ich wäre in der Küche Oh, fuck Oh, fuck Is das Trots Jesus Christ Jesus Christ Jesus Christ Jesus Christ What the fuck? Oh, was ist das? Schnell, 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 schnell. Oh! Ah! Nein! Shit! Ah, das war glaube ich nicht gut. Okay. Okay. Digga, das ist so schlimm. What the fuck? Alter. Ist das eklig. Oh shit. Leave me. Stop hiding. Christ, kill us. Shit. Oh no. Ich glaube, ich habe jetzt voll das Problem. Oh ja. Toll doch nicht weit. Fuckin' move it! Was? Ich hab ihn vermisst. Roy, 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 Roy. Oh nein. Bitte sag mir jetzt nicht, der ist tot. Bitte sag mir jetzt nicht, bitte ist er da noch am Rauchen, bitte. Oh Gott, danke, lieber Gott. Du bist okay? Jesus, du klingt schade. Geh nicht nach diesen fucking Stärken. Was ist denn da passiert? Trotz. Ich glaube, es war Trotz. Und es ist einfach schade, was es ist. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Ja. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt nicht funktionieren, aber sie definitiv nicht funktionieren. Ich hatte ein wenig Gespräch mit Rennick über das, während ich da war. Wie hat das ging? Badly. Ich kann es noch nicht sagen, dass wir sie geteilt sind. Du denkst? Du hast eine bessere Idee? Weil, ich werde es nicht über die Decke machen. Ich bin nicht so gut, pal. Ich denke, ich brauche meine Insulin. Was? Ich bin jetzt schade, Roy? Ich bin sorry, zu inconvenienzieren, Mr. Bloody Fit and Healthy. Ich sage dir was, ich werde einen kleinen Chat mit meinem Pankreis haben, und sage ihm, dass er seine Socke abholt. Nein, okay. Fuck's sake. Können Sie, dass du einfach ein fucking Jam oder so? Oh, bloody hell. Der Mann ist ein medizinischer Genie. Ich gehe auf den Blower zu Dr. fucking Spock und sage ihm, nicht zu paniken. Wir haben Diabetes hier. Fucking McCoy. Kein Spock. Ich liebe diese britischen Assis, ne? Ich gehe auf den Heli-Pad. Ich gehe auf den Heli-Pad. Ich schaue mich, dass der cunt nicht, dass er nicht alleine ohne dich ist. Okay. Ich bin nicht so gut. Ich kann da sein. Listen. Wenn du nach dem Chopper hast, zu Radio in der Support-Ship, wir brauchen alle fucking Hilfe, wir können. All right, big man, all right. Just be careful, okay? Meine Geschwister brauchen diesen Gottvater in einem Stück. Und ich muss sagen, dieser ganze Hype, den ich hatte für dieses Spiel, war total berechtigt. Also bis jetzt ist es mega krass und es zieht dich einfach richtig in den Bann. Es ist unnormal und ich freue mich schon sehr doll auf die nächste Folge von Still Wakes the Deep. Daher wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns demnächst wieder zu einer neuen Folge von Still Wakes the Deep hier bei Demented Horror. Bis dahin, haut rein.